Wir haben alle vier mythischen Bändiger-Fähigkeiten gefunden. Hier ist eine drin und es ist die Bändiger-Fähigkeit. Luft. Oh mein Gott. Oh, let's go! Wasserbändigen! Das ist, was wir brauchen. Perfekt, Freunde. Jetzt können wir auch ein paar Aufträge erledigen. So, da ist nämlich ein Tempel von der Feuernation. Ist hier was drinne oder nicht? Oh, hier ist was. Guck mal. Das brennt auch so schön. Das sehen wir mit. Zweimal Feuerbändigen. Let's go, Alter. Erdbändigen! Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alle vier. Zack. 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 Warte mal, das machen wir besser. Zack. Und Zack. Alle vier mythischen Fähigkeiten. Wasserbändigen. Luftbändigen. Erdbändigen. Und Feuerbändigen. Wir haben alle zusammen gemeinsam. Und wir, der Avatar, stehen direkt da und verwandeln uns. Let's go, Juge! Guck mal, wie krass das aussieht. Und wir sind der Avatar.